der lehrer fragt wie heißt der größte kontinent fritzchen meldet sich europa fritz da hast du falsch gedacht das ist asien und welches ist das größte tier fritzchen antwortet der elefant der lehrer erwidert fritzchen da hast du falsch gedacht das ist die giraffe fritzchen sagt ich möchte sie auch etwas fragen welches wort fängt mit a an und hört mit auch auf der lehrer schimpft aber fritzchen so etwas sagt man nicht darauf fritzchen da haben sie falsch gedacht ich dachte an aschermittwoch die kinder sollen als hausaufgabe einen vogel malen fritzchen hat das recht ordentlich hingekriegt nur ist sein bild nicht ganz vollständig geworden fragt die lehrerin sag mal fritzchen dein vogel hat ja weder beine noch schwanz warum da fängt der kleine zu heulen an als ich meine mama fragte wo man bei vögeln die beine hin macht hat sie mir eine geknallt da wollte ich nach dem schwanz gar nicht mehr fragen